Das war der 18. Lauf der Hoffnung. Dieses Mal virtuell. Ich danke allen Beteiligten, allen Sponsoren und allen, die uns die Daumen gedrückt haben und die uns das ermöglicht haben. Es war was Besonderes. Es war so ein richtiger Rangaufruf für ein gemeinsames Miteinander. Bis zum nächsten Jahr. Alles Liebe, bleibt gesund.